Ausgefallen, abgedreht, abgehoben, außergewöhnlich, antik, angesagt, anders ausgedrückt, alles auf einmal. Das gibt es nur im Fernsehgarten. Heute mit Isabel Varell und Joy Fleming. Marianne und Michael. Und diesen beiden Superstars aus Großbritannien. Very welcome Kim Wilde und Bonnie Tyler. Und hier ist Ihr Fernsehgarten-Superstar. Ihre Zschlödel-Queen, Ihre Schnäppchenjägerin. Sie ist ein Weltstar. Meine Jugend, 80er. Kommt jetzt Joy Fleming? Nein, nein. Kids in America. You keep me hanging on. Mein Lieblingslied war View from the Bridge. Keep me hanging on, kann ich auch noch. Na klar. Ich weiß, wer es ist. Kim Wilde. Darf ich sagen? Ja, jetzt gibt es ein ganz... Sie sieht noch wahnsinnig gut aus. Guck mal, die ist sowas von 60. Ach, da steht sie. Hallo. Ich dachte kurz, das war Dina Müller. How are you doing? Und es gibt ein neues Album. Dieses Album heißt Snapshots. Und auf diesem Album hat sie ihre ganz persönlichen Lieblingssongs gecovert. Also wenn ihr dann später mal euch die Lieder von den Amigos vornehmt, dann könnte das sowas sein. Das wäre schön. Ja, ich würde auch mit Kim Wilde zusammen das Lied von den Amigos Mein Elternhaus covern. Also wenn sie Lust hätte, ich bin dabei. Okay, jetzt gibt es aber erstmal Sleeping Satellite. War 92 die Nummer 1 in Großbritann. Ich knall dir gleich eine. Das ist wieder so. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017